Wir sind die Rap-Top-Shitty-Webbers! Das war jetzt überhaupt nichts. Eins, zwei, drei, vier... Das war jetzt überhaupt nichts. Das war jetzt überhaupt nichts. 100.000 Lies So let mercy come And wash away What a drug If you raise myself And you wash out what I mean Wie komme ich dazu? Ich bin der Schulsozialarbeiter und habe noch ein Bandprojekt besucht. Ich bin der Luis Steinbüller. Gitarre spielen seit, denke ich mal, fünf Jahren. Und ja, vor vier Jahren habe ich dann noch mal angefangen zu. Okay. Okay, das heißt, wir machen den, äh... Wir spielen... Ich fühle mich so sehr unwohl. Hilfe! Open Angle. Etwas lauter. Robin Engler! Also ich habe mir alles selbst beigebracht. Also, ne, eigentlich nicht. Ne, ich hatte von vier bis vierzehn hatte ich Schulze Unterricht, zehn Jahre lang. Und irgendwann hat man nur noch Lieder gespielt, die man sich auch selbst beibringen konnte. Dann habe ich aufgehört. Hatte zweieinhalb, drei Jahre lang Gesangsunterricht. Damit habe ich auch wieder aufgehört. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. If this is the end of the fire Then we should all burn together Watch the flames come high Into the night Calling now Father Oh, stand back and we will Watch the flames burn over on The mountainside eyes If we should die tonight Then we should all die together Raise a glass of wine For the last time Calling out for the road Prepare as we will Watch the flames burn over on The mountainside That's the ocean comes upon sky I'm Cedric Rentsch I play guitar for about two years I play guitar for about two years I play guitar for about two years One, two, three, four One, two, three, four By now, two, three, four By now you should've somehow recognize what you gotta do Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Zeit, die du hier verbringst, ist gut angelegt Die ist hervorragend angelegt Wie gesagt, wunderbare Leute, tolle Musik, es knallt richtig gut Einfach nur Spaß Ja, momentan haben wir den Plan, dass wir am Samstag am Tag auf der Tür von unserer Schule auftreten Lasst es krachen, Jungs Machen wir Wir sind die Red Hot Shinty Peppers Wir sind die Red Hot Shinty Peppers Was müssen wir mitnehmen? Den frag ich nicht alleine Saar, man kann man machen